Oh mein goodness, das ist ja unglaublich. Die Belohnungen sind spurlos verschwunden. Wo ist meine Season 5? Wir gehen diesem Rätsel hier auf den Grund. Bei meinem Video, wo ich Bell gemaxed habe, haben sich viele gewundert. Ist es aber so, dass ich diesmal im Brawl Pass gar nicht mehr so viele Powerpunkte übrig habe? Ich selber nämlich auch. Wo sind all meine Powerpunkte hin? Ich hatte nämlich erwartet, dass da viel mehr Powerpunkte sind. Und man sieht, dass ich da direkt von Season 6 auf Season 4 hin und her schalte. Season 5 ist verschwunden. Viele haben gefragt. Zum Beispiel Bernhard sagt, Brawl Pass Season 6 wurde bei dir übersprungen. Er meinte natürlich Season 5. Oder Leo sagte, bei 0,33 wie von Season 6 zu Season 4. WTF, was ist da passiert? Oder dann Benjamin, Chief, was ist mit der Season von Raphs? Wenn man im Spiel nachschaut, dann sieht man, es ist tatsächlich bei mir immer noch so. Wenn ich von Season 6, die Goldarm Gang, auf Season vorherige Season gehe, da lande ich in Season 4. Urlaubstrip. Season 5 ist verschwunden. Spurlos weg. Was ist da passiert? Der erste Hinweis ist, dass da oben steht, hol deine Season 4 Belohnungen ab, bevor Season 6 endet. Tust du dies nicht, werden sie automatisch eingesammelt. Hat vielleicht Supercell absichtlich Season 5 nicht angezeigt? Wie bekomme ich die zurück? Zuerst habe ich mir natürlich überlegt, ob da in Season 5 überhaupt noch etwas übrig war. Oder habe ich vielleicht alles gebraucht? Also bin ich zurückgegangen zu meinem Upgrade-Video von Stu. Das war der letzte Brawler, den ich upgraded habe mit Boxen. Und dieses Video sehen wir hier. Da hatte ich gerade Stu gemaxzt und da war noch einiges übrig. Und wir waren in Season 4. Das heisst, Season 5 hatten wir nicht mal gebraucht, um Stu zu maxen. Da müsste also noch die Season 5 irgendwo sein. Wo ist sie denn? In dem Video sieht man auch, dass es da 71 Boxen im Brawl Pass von Season 5 noch drin hat. Die war also nicht aufgebraucht. Aber vielleicht ist ja nach dem Upgrade von Stu noch etwas passiert. Ich ging also in meinem letzten Livestream nachschauen. Der Livestream, den ich gemacht habe, bevor die neue Season begann. Um zu schauen, ob ich da noch Boxen hatte. Das ist in meinem Livestream vom 3. April. Also wirklich kurz bevor die neue Season gestartet ist. Und da sieht man ganz genau, da waren 84 Boxen auf dem Brawl Pass von Season 5. Wo sind die hin? Zwischen Samstag bis Montag, glaube ich, war es, wo die Season gestartet ist. Die sind einfach weg. Und weil die weg war, die Season 5, konnte ich nicht meine Powerpunkte verwenden, um Bell zu leveln, sondern musste Boxen öffnen. Also was ist mit Season 5 passiert? Variante 1, ich habe irgendwie vom Sonntag bis Montag die Boxen abgeholt und weiss es nicht mehr. Hm, schliesse ich mal aus? Variante 2, eins meiner Kinder hat die Boxen abgeholt von Season 5 und die ist so verschwunden. Ist nicht passiert. Variante 3, es ist ein Fehler. Es ist also ein Mysterium, was hier mit Season 5 passiert ist. Dann hatte ich noch eine Idee. Was passiert eigentlich, wenn ich Season 4 abhole? Vielleicht kommt dann Season 5 zurück. Was meinst du? Lass uns das mal versuchen. Ich gehe hier also in die vorherige Season. Season 4. Und ich hole jetzt diese 3 Boxen hier. Das ist das letzte, was übrig ist. 3 Boxen. Ist zwar total sinnlos, die jetzt abzuholen, aber wir schauen mal, was passiert, wenn ich diese Boxen hole. Natürlich bekomme ich nur Gold, weil ich habe ja schon alles. Also hier Gold in den Boxen. Und jetzt die Spannung steigt. Was passiert, wenn ich die letzte Box aus Season 4 abhole? Kommt dann Season 5 vielleicht zurück? Also eine Welle. Und wir klicken auf die letzte Box. Wir holen die. Da ist natürlich nur Gold drin. Ist ja klar. So, und jetzt ist Season 4 vollständig eingesammelt. Da ist nichts mehr drin in Season 4. Und jetzt gehe ich zur aktuellen Season. Jetzt wird da wieder angezeigt. Vorherige Season mit Ausrufezeichen. Jetzt gehe ich da drauf. Und da ist sie zurück. Oh mein Gott. Das ist ja unglaublich. Season 5 wurde von mir versteckt, bis ich Season 4 eingesammelt habe. Jetzt ist sie wieder da. Season 5. Und ihr seht, da sind mega viele Boxen drin. Und auch Power-Ups, die ich gut hätte brauchen können, um Bell zu maxen. Schaut hier diese vielen Power-Ups und die Boxen. 500.000 Power-Ups sind da drin. Und 20 grosse Boxen am Schluss noch drin. Unglaublich. Season 5 ist wieder da. Immerhin kann ich jetzt, wenn der neue Brawler Squeak rauskommt, Season 5 benutzen, um Squeak zu maxen. Heisst das jetzt auch, wenn Season 7 kommt, dass dann Season 6 wieder verschwindet, bis ich Season 5 eingesammelt habe? Ist das ein Fehler oder ist das Absicht? Ist es dir auch so gegangen? Sehr seltsam. Das war wirklich sehr spannend. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Bitte abonniere meinen YouTube-Kanal, damit du auch in Zukunft nichts verpasst. Klickst du am besten hier diese kleine Glocke. Und viel Spass bei einem von den anderen Videos.